Ja, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Dieter, oder unter meinen Abonnenten auch als Destiny-Opa bekannt und heute sogar in Destiny drin. Wer sollte das glauben? Doch, ich bin in Destiny drin. Und zwar habe ich mir gedacht, wir haben ja noch 30 Tage in der Season, da werde ich jetzt wieder ein bisschen spielen. Ich habe gerade so ein bisschen die Schnauze voll von New World, dieses immer jeden Tag Farmen, Farmen, Farmen. Ich weiß nicht, irgendwann war ich es überdrüssig und ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich bin nur noch, wie blöd da irgendwie durch die Welt gelaufen habe, hier mal was gekillt, da mal ein paar Kisten geöffnet. Und, ach, weiß nicht, ich habe die Lust daran verloren. Zumal die ja das System geändert hatten, das mit dem Hochwerten der Berufe. War halt jetzt schwieriger. Die ganzen Leute, die sich beschwert haben, dass die Berufe zu einfach sind, die waren alle schon auf 200. Die wurden auch nicht zurückgesetzt, sondern nur die Neuen, die noch nicht auf 200 waren, oder die, die noch nicht auf 200 waren, die haben halt das Nachsehen. Aber ist egal. Ich werde es vielleicht noch ein bisschen weiterspielen, so nebenbei mal, aber nicht mehr täglich. Ich habe mir gedacht, ich spiele mal wieder ein bisschen Destiny. Destiny ist das Spiel, was mich quasi auf YouTube auf die Zuschauerzahlen gebracht hat. Und ich will euch das Ganze gleich mal zeigen, aber vorab für euch erstmal das hier. So, meine Freunde, wer mich kennt, der weiß auch, dass das hier kommt und das da hinten. Hey, 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 hallo Leute. Wenn ihr schon mal hier seid, dann könnt ihr auch ruhig ein Abo da lassen. Hier unten ist ja der Abo-Button, wo ihr draufdrücken könnt. Ihr würdet meinem Herrchen dabei helfen und mir dabei auch. Weil ich lebe ja schließlich mit meinem Herrchen zusammen. Also wie gesagt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr auch nie wieder ein Video. Bis dahin, ciao, ciao. Das ist schon cool, ne, die Animation so. Ja, habe ich mir auch Mühe gegeben. Aber ja, egal. Worauf wollte ich hinausgehen? Genau, so. Erstmal vielen Dank für 2490 Abonnenten. Ich weiß, das ist jetzt nicht der Opa-Börner, aber für mich ist das viel. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten. Ich bin da, ach, weiß auch nicht. Ich jeden Tag, wenn ich gucke und ich sehe, dass da mal wieder ein Abonnent dazugekommen ist, freue ich mich tierisch. Über jeden Einzelnen freue ich mich tierisch. Denn ich denke mal so, es ist halt nicht gang und gäbe, dass jemand in meinem Alter so viele Abonnenten hat und Zuschauer. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Ist halt so. Dafür danke ich nochmal. Ich habe am 12. März, habe ich Geburtstag, da werde ich 55 Jahre alt. Und ich zocke immer noch gerne. Ich hatte nur jetzt im Januar, ihr seht es auch hier, 21 Tage jetzt kein Video hochgeladen. Das letzte war vor 21 Tagen. Und das lag aber auch daran, ich hatte absolut keinen Nerv, Leute. Ich hatte echt keinen Bock. Ich bin an den Computer rangegangen und dann dachte ich mir manchmal, oh, was machst du jetzt? Ja, dann habe ich ein bisschen gezockt. Dann habe ich auch mal Videos aufgenommen. Aber, ähm, ja, als ich mir dann die Videos selber angeguckt habe, habe ich mir gedacht, nee, sowas lade ich nicht hoch. Das tue ich meinen Leuten nicht an. Ähm, und habe es dann gelassen. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ach so. So, die neuen Sachen kann ich ja leider nicht machen. Auch das kann ich nicht machen, weil ich habe ja dieses, ähm, 30 Jahre Bungee-Paket nicht. Und, ähm, die Erweiterung für, also die Hexenkönigin, die habe ich auch noch nicht. Die werde ich mir auch nicht holen können, bin ich ganz ehrlich. Ich habe dazu nicht das nötige Kleingeld. Und, da ja im März mein Geburtstag ist am 12., muss ich eben ganz klein bisschen sparen, ähm, damit ich auch da ein bisschen was für meinen Geburtstag habe, ne? Sonst ist es echt doof. Aber, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde mich überraschen lassen. Ich mache jetzt einmal hier diese komische Simulation mit euch. Weil ich muss ja auch erstmal reinkommen. Ich habe schon zwei, drei Tage gezockt wieder Destiny. Ich wollte nicht so blöd dastehen, wenn ich ein Video mache und ganz frisch wieder in Destiny reinkomme von New World. Äh, ich muss gestehen, ich habe die Tasten so vertauscht, ne, und verwechselt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, ich habe manchmal Aktionen, oder wenn ich Aktionen machen wollte, habe ich das gedrückt, was ich eigentlich in New World drücke, weil meine Tasten da anders waren. Aber ja. Guck mal, ich habe es immer noch nicht verlernt. Ja, komm, die Boxen war weg. Und euch mache ich so weg. Oh, ich liebe den Tikus. Ich weiß auch nicht, ich liebe den Bogen. Und in manchen Aktivitäten kannst du echt mit dem Bogen richtig gut. Ähm, da kommt es schon. Ja, gut, dann machen wir es so. Es geht so easy mit dem Bogen, ne. Es ist... Und es ist immer gut, hier an der Ecke hinzugehen. Es ist mit am einfachsten. Kommt ihr rum? Ah, na gut, dann komme ich zu euch. Ich glaube, einer fehlt noch. Da ist er. Machen wir es halt so. Machen wir es so. Ach, das ist nur noch der eine hier. Nö, da war noch einer. Ach ja, da. Bim, kaputt. Beinah. Siehste, schon wieder. Ich habe schon wieder eine Taste gedrückt, die ich eigentlich in New World drücke. Aber ja. Was soll's. Ich hätte durchspringen können, aber... Ach, weg. Jetzt springe ich durch. Und dann machen wir erst mal die Humpen weg hier. Geht auch so. Echt jetzt? Echt jetzt? Also, ich habe es noch nicht verlernt. Noch geht es. Nur, wie gesagt, manchmal mit den Tasten, dann ist das ein bisschen blöd. Du kriegst mich nicht. Alle kaputt? Boah. Ich liebe das, ne? Mit dem Bogen. Mit dem Bogen ist das so einfach. Oh, irgendwo da oben da. Reicht schon. Oh, ja. Voll easy. Also, das ist jetzt... Agilität ist ja einfach nur noch ein Gucken. Ja. Na. Na. 1 Wie die alle explodieren? 2 nach da oben Und was halt auch gut ist Die geht ja keine Munition mehr aus Das ist echt Das war ja vorher mal anders Okay Irgendwas fehlt noch Ah da Noch einer Voll easy Leute Ja ich bin ja auch dabei Ich spare gerade Ein bisschen für andere Hardware Also ich hätte gerne Andere Grafikkarte mittlerweile Weil Ja meine 1060 Ist doch schon langsam In die Jahre gekommen Ich merke das jetzt Bei einigen Spielen Merke ich das Wenn ich da zum Beispiel aufnehme Dann habe ich extrem Viele Ruckler Weiter geht's Ach ja jetzt kommt ja das Stimmt ja Das ist cool Ich liebe das Mit dem Bogen Ach ja Jetzt muss ich ja wieder rum Ja Da hätte ich jetzt beinahe Gefailed Aber Alles gut Ich weiß Ich weiß Dass ich darüber komme Aber mit dem 2er Sprung Und das war es schon Also für dieses bisschen Action 15 Minuten Knapp Mit Ansprache Dies das jenes Äh Ja Ach ne Powerwaffe Habe ich jetzt auf Dings gekriegt Okay Okay Warte mal 28 Anarchiat 27 Scheiß drauf Ich nehme die Guillotine Es ist immer noch Es ist immer noch Es ist immer noch Viele sagen jetzt wahrscheinlich Das hätte ich nicht gemacht Doch Ich mache das schon Weil ich benutze ja die Guillotine Auch noch ab und zu Ja Leute Hat mich gefreut Mal wieder mit euch Ein Destiny Video zu machen Wir werden mal gucken Wie es dies Jahr wird Ich weiß noch nicht genau Ähm Ich war ja schon Ein paar Mal Wieder am überlegen Aufzugeben Weil Ja Der Erfolg Halt ein bisschen Hinterher hängt Ich habe zwar 2490 Abonnenten Aber es bringt mir nichts Wenn ich keine Aufrufe habe Ähm Wenn Video nur von 180 Leuten Oder so gesehen würden Dann nützen mir auch 2400 Abonnenten Nix Aber ist ja egal Ähm Ich gucke mal Wie es dies Jahr so wird Und Ähm Ob ich so weitermachen werde Oder nicht Ähm Das sei mal dahingestellt Ich schaue es mir mal an Gucken wir mal Was Ähm Auch hier Dieses neue Internet bringt Wenn es denn dann mal kommt Weil Selbst die Bestandskunden Von dem Anbieter Haben das neue Internet Noch nicht bekommen Obwohl gesagt wurde Erste Januar Jetzt wurden sie Auf dem ersten Februar Vertröstet Mal gucken wo sie Demnächst hin Vertröstet werden Ich lasse mich überraschen In diesem Sinne Leute Hat mich gefreut Dass ihr euch das Video Angeschaut habt Ich hoffe wir sehen uns In einem meiner nächsten Videos Und Bis dahin Sei ich Haut da rein Euer Dieter Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal